Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu Tag 10 meines Vlogs über meine sportliche Aktivität. Ich habe euch ja schon gesagt, ich habe 100 Liegestütze gemacht seit Donnerstag, glaube ich habe die 100 geknackt. Seitdem mache ich 100 Liegestütze jeden Tag, nicht am Stück, also falls immer noch da Unklarheit herrscht, in vier Sätzen, also 4x25, mache dann eine Minute Planking und jetzt neuerdings auch mit meiner VR-Brille eine Pico 4 habe ich noch das Less Miles Body Combat Training. Und gestern habe ich ja schon gesagt, wie cool ich das finde, das hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe gestern ja nur, keine Ahnung, ich weiß nicht ob es ein 6 oder 8 Minuten Workout war, gestern auf jeden Fall ein Workout gemacht, so eine Einleitungs-Workout Stufe 1. Das war ziemlich witzig, das hat übrigens Spaß gemacht, sodass ich mich echt darauf gefreut habe, das heute wieder zu machen. Jetzt dachte ich mir aber heute, okay, gestern warst du relativ fit, probierst du vielleicht Stufe 2. Ich bin Stufe 2, ich habe ein 20 Minuten Workout gerade gemacht vorhin und ich muss sagen, nicht nur, dass ich 240 Kalorien verbrannt habe, nee, ich bin auch wirklich tot gewesen. Also ich war wirklich, also mir tut jetzt alles weh, der ganze Oberkörper tut mir weh, einfach weil alles überspannt, glaube ich, gerade ist. Ich glaube, mit den 20 Minuten, ich habe auch am Ende hing dann eigentlich nur noch die Arme runter, ich habe versucht noch da erster Platz zu werden, habe ich auch noch geschafft. Ich würde euch da auch mal hier nebenbei so das Video einblenden, einblenden, einblenden. Ich würde euch mal nebenbei das Video hier einblenden, wie ich mich so angestellt habe. Man sieht jetzt zwar nicht mich vor der Cam, aber man sieht halt in dieser Cam drinnen, was ich halt gemacht habe. Vielleicht auch demnächst irgendwann mit Video von quasi außen gefilmt, wie ich dabei rumhampel. Trotzdem, ich habe die 20 Minuten durchgezogen. Das ist übelst krass. Also es hat mir trotzdem irgendwo auch Spaß gemacht. Aber ich denke, morgen werde ich wieder so zur Stufe 1 nochmal zurückkehren und werde es langsam angehen. Ich werde mich erstmal langsam steigern. Ich sage, nach dem ersten Workout gestern werde ich einfach mal so, keine Ahnung, erstmal 10 Minuten und ein bisschen ruhigeres. Also heute, das war schon heftig. Ich glaube, das war auch ein bisschen zu krass für mich. Es war eigentlich so schlimm, dass ich quasi so sehr geschwitzt habe, dass ich unter die Dusche bin und als ich aus der Dusche raus bin, direkt wieder angefangen habe mit Schwitzen und einfach wieder klitschen, das war. Also das war echt crazy. Abgenommen habe ich nichts, also was jetzt den Tag angeht. Ich habe heute Kartoffelsuppe gemacht und gegessen. War allerdings auch noch nicht auf dem Scheißhaus gewesen, dass ich sagen könnte, ich habe jetzt auch das wieder ausgeschieden, was ich zu mir genommen habe, um eben halt auch Gewicht zu verlieren. Ich habe auch viel getrunken während des Workouts. Deswegen denke ich mal, ich habe bestimmt was abgenommen, aber das wird es jetzt eben halt nicht so auf der Waage widerspiegeln, weil das erstmal noch durch mein Inneres erstmal durch muss. Ja, was gibt es noch sozusagen? Also ich fühle mich einfach insgesamt fitter. Ich bin viel besser drauf, so von der Laune her. Ich habe mehr Motivation, wieder was zu machen und vor allen Dingen Bock halt einfach diese Workouts weiter durchzuziehen. Vielleicht lasse ich auch diese mit der VR-Brille erstmal dann in zwei Tagen aus und werde das mal wieder nur die Liegestütze machen, wenn ich mich denn morgen noch bewegen kann. Ich hoffe es mal ganz stark. Wenn nicht, werde ich euch das morgen auf jeden Fall mitteilen. Jetzt zum Abendbrot wird es noch wahrscheinlich einen kleinen Salat geben. Das Video zur Kartoffelsuppe habe ich schon hochgeladen. Wer mal Kartoffelsuppe machen möchte, also das ist auch eine Kartoffelsuppe, so wie ich sie kenne. Einfach schön krümelig, also nicht krümelig, ne, stückig und mehr Brei als Suppe. Aber einfach mega lecker, kann ich euch nur empfehlen. Ist auf TikTok, auf Instagram und auf Facebook. Und ja, das war an sich soweit mein Tag. An sich habe ich außer Kochen und Sport und Kinder abholen und Kinder zur Lokopädie bringen und da ein bisschen was machen. An sich ansonsten nichts weiter heute auf die Kette gekriegt. Morgen muss ich ein bisschen was mit Videos machen. Ich muss für meinen zweiten TikTok-Kanal, für den MDR noch ein bisschen was produzieren. Weil da geht es jetzt auch bald wieder los, ab der vierten KW. Und dann ist eigentlich die Woche schon wieder rum. Und ich denke, wenn ich die Woche auch noch rum habe, also ich sehe ja schon körperlich was an mir, habe ja auch gestern schon Fotos gemacht. Ich habe die auch mal miteinander verglichen. Ich sehe auch, dass der Bauch weniger geworden ist, dass Schultern ein bisschen breiter geworden sind. Ich bin einfach mal schon auf nächste Woche gespannt und die Woche drauf und die Woche da drauf und wie sich das jetzt weiter an mir verändert. Ich meine, man könnte sagen, okay, so dick bist du gar nicht, so sehr musst du nicht abnehmen. Aber es ist immer so ein Punkt, wenn man sich selber nicht mehr wohlfühlt, dann will man was machen. Und ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich meine, ich koche die ganze Zeit, jeden Tag, seit jetzt fast zwei Jahren und fresse natürlich auch extrem viel, weil das Essen einfach mega lecker ist. Also denke ich, ist es schon ganz gut, jetzt da auch ein bisschen was dagegen zu tun und vor allen Dingen ein bisschen was für den Körper zu tun, weil ich habe gehört, auch dünner Leben und gesund sein, Sport und so ein Scheiß soll auch Psyche extrem fördern und das Leben irgendwie verlängern. Also es könnte auch was anderes verlängern, aber im Moment reicht mir auch, wenn es das Leben verlängert. So, also das war Tag 10 meiner Fitness-Workout-Liegestütze-Orgendwas-Machen-Challenge. Also der Vlog dazu. Ich hoffe, ihr guckt noch zu. Ich hoffe, dass es so, ja, es wird vielleicht nicht unbedingt lustig oder spannend sein, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem so vielleicht ein bisschen Interesse daran zeigt. Wenn ich glaube, irgendwann dann so ein bisschen auch vom Selbstbewusstsein her das so ein bisschen überwunden habe, vor der Kamera zu reden, dann wird es bestimmt auch witziger, hoffe ich, irgendwie. So, ich werde jetzt erstmal noch Abendbrot machen und werde dann noch Livestream auf Twitch machen. Da könnt ihr mir übrigens auch folgen, aber wenn ihr mir auf YouTube folgt, dann seht ihr den Livestream hier auch. In diesem Sinne, bleibt sauber, bleibt gesund und bis morgen. Ciao.